Musik Nachdem ich hier in Neumarkt in der Oberpfalz lebe, im Landkreis, freut mich ganz besonders diese beiden Kuriositäten. Das sind nämlich Gewinnschleifen, die der König Ludwig II. gestiftet hat, anscheinend für ein Turnier. Auf den Schleifen steht Reitverein Neumarkt in der Oberpfalz. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020